Das ist gut. Jazi hast du mal ein bisschen... Hast du mehr Geld? Ich hab noch ein bisschen Geld. Lass du mehr mehr Geld Geld. Wer will da jaxt bitte? So. Also. Ah, wir haben jetzt eine rote Axt. Red X. So. Wie viel bist du jetzt? Sieben. Ist noch nicht so gut. Ja. Ganz klar. Rammt mich. So. Ja. Sicher. Jetzt kommen sogar noch untote Schinder. Rattenmänner. Rattenmänner. Ja, ihr seht leicht wie Ratten aus. So. Und Brand Charm. Charm. Und eine E Rune. Eine E Rune. korrekt. Entscheintes. Defens. Damage. Und Defens. Okay. Ach, ihr Bogen-Schütz nervt langsam. Nochmals schauen, was kill hier. Also noch nicht. Lieber ein bisschen Monster töten, so. So. Gut. Okay, ich mach mal ein bisschen mehr Folgen von diesem Let's Play. Ja, es ist gut. Hast du es jetzt? Da, weg. Ähm, nochmals den Skater. Anschauen. Der bringt es eben nicht. Aber er kostet immer weniger. Das ist gut. Aber es bringt uns auch nicht so viel. Nur 4 kostet er. Und er wird wahrscheinlich teurer. Je mehr Skills-Punkte wir einsetzen, desto teurer wird er. Aber wir bekommen dann sowieso genug Mana durch den Schreider. Ja, lass es. Hey, lass es. Ah, dieser Kopfstoß. Zeig mal das Nerf. Shark-Angriffe vom Paladin. Sieht aus wie Kopfstoß. Er hat ja kein Schild. Geht aus wie Kopfstoß. Geht aber sügen. Macht Spaß. Und macht die Jungen kräftig. Und die Alten fit wie Pommes Frites. Gibt mir mal bitte eine Flasche Pommes Frites. Oh shit. Gemas acid. Geht aus wie Kopf traveling. Geht aus wie Kopf sort相信 tut wird. Der Didi. Der Didi. Hallefrocken. Hat das gesagt in einem Sketch. Was hast du da wieder angeschreift, Jägerin? Geht's noch? So. Wir gehen hier durch. Müssen ausruhen. Ist jetzt Level ab? Nee, auch nicht. Müssen wir die zuerst leveln oder was los? Oder kaufen einfach eine neue Fertigung? Einfach eine neue kaufen. Wenn die nicht leveln will, dann kaufen wir eben eine neue. So. Pssst. Ah, endlich. So. Wir haben ja gesagt. Throw in Mestri noch. Einmal. Die Wäsche hat wollen wir hier nicht mitnehmen. So. Hier ist was. Einmal eine Etage. Machen wir hier kurz ein Portal. Kommt sicher wieder. Ah, Champions. Äh. Boss. Monster. Da. Hallo. Besuchen die Boss-Monster. Weisle. Das wird uns für euch hier. De Arag. Tut. Die Sitz. Die Sitz. De Arag. Die Sitz. So... Ja, einfach in's face. Das ist nämlich die Fenton Space Bumstoß Multiple Schüsse Also das ist ein Unzelln Deck-Keeper Was ist denn das? Und pfff Da hat jemand Menstruation gehabt Anders kann ich mir das wieder erklären Gib mir Level ab Ich wohne von Tom Ford Ähm, von Tom Hot Shits Haben Von Tom Ford Das ist glaube ich ein Skill Von Median Vom Median Mod Der ist auch ein Profi Mod Der hat richtig stärke Gegner Zum Beispiel so Geister Irgendwie Engel oder so Die sofort töten können Egal wieviel Leben du hast Richtig unfair Ja Die schreien dann so rum Auf eine Nova Und dann bist du down Ja komm mal her Du stirbst ja so noch wenn du da In die Gegner reinläuft Also Jägerin geht's noch He geht's noch So Ja 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 Ich hab noch drei Viertel Ich hab noch drei Viertel Dann schauen wir uns mal die anderen Skills an Die sind jetzt eigentlich alle schon Und dann Plasma Rain Summons A massive electric storm To destroy your enemies And thunderstorm Oh Oh Endlich der Ausgang Sind wir im dunklen Wald So Paar Jägers töten Ist auch nicht Wir haben bald keine Exter mehr Wir sind bald irgendwo zurück Und ins Lager Und die Exter reparieren Dann werden sie auch abgefüllt Noch 25 Das ist ja ist das ein Verrückst Das ist ja Das ist ja Der ist ja So. Also. So. Die Tau sind ja aus. So. So. Eis. Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen. Danke. So. 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 Gut. Okara. Kannst du mal einen Fynn verleihen? Bitte. So. Anziehend der Kipper. Schild brauchen wir nicht. Vanlax brauchen wir auch nicht. Und Zepter auch nicht. Die findet man später genug. Keine Sorge. Wenn ich sie mal. Verkauft. Und das nicht. Aber ich verkaufe sie jetzt. Einfach so. Weil ich sie nicht sammeln will. Ich habe jetzt extra Plugin nicht aktiviert. Damit wir zusammen spielen können. Sonst hätte ich dann unendlich. Sashs und so. Aber das ist für mich zu viel gecheaten. Frisch halb ohne Plugin. So. So. Und machen wir hier. Gut. Jetzt müssen wir. Ah. Zuerst noch. Einen Baum finden. Einen Baum finden. Ja. Wo ist er Baum? Wo ist er denn? Noch einmal? Nochmals ein Andzing der Krippipe. Jaaaaay. Wir haben jetzt das Level 2 ... Uh ... 12 erreicht. mit einem Herz, wir machen ein bisschen auf Stärke und hier machen wir Phantom Hatches. Ah, falsch.